Sie hören den Artikel Crash Test Dummy aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 16. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Crash Test Dummies oder Anthropomorphic Test Devices, kurz ATDs, sind lebensgroße Puppen, mit denen die Auswirkungen von Verkehrsunfällen auf dem menschlichen Körper simuliert werden. Dummy stammt aus dem Englischen und steht für Attrappe. Die Dummies sind dazu mit zahlreichen Sensoren ausgerüstet, die die Belastungen während eines Crash Tests messen. Sie müssen in ihren biomechanischen Eigenschaften mit denen des menschlichen Körpers im Optimalfall übereinstimmen, beispielsweise in den Abmessungen und Massen der einzelnen Körperteile, sowie der Steifheit der verschiedenen Gelenke, damit sie die Realität möglichst gut simulieren. Es gibt Dummies, die männliche oder weibliche Körper simulieren, sowie Ausführungen für verschiedene Körpergrößen bzw. Altersstufen. Die Kalibrierung der Dummies geschieht in erster Linie durch den Vergleich mit Daten aus Leichenversuchen. Crash Test Dummies sind in der letzten Zeit für die Entwicklung nahezu aller Fahrzeuge unentbehrlich geworden und sind in manchen Fällen vorgeschrieben, um die Zulassung eines neuen Fahrzeugmodells zu erwirken. Unfallforschung vor der Entwicklung von Crash Test Dummies Das Bedürfnis nach Unfallforschung Am 31. August des Jahres 1869, so wird angenommen, wurde die irische Wissenschaftlerin Mary Ward das erste Opfer eines Autounfalls. Sie fuhr in Parsonstown, Irland, mit ihrem Ehemann in einem mit Dampfkraft betriebenen Fahrzeug und wurde herausgeschleudert, was dazu führte, dass sie überrollt wurde. Henry Bliss fand Eingang in die Geschichtsbücher, da er am 13. September des Jahres 1899 das erste Autounfallopfer Nordamerikas wurde, als er beim Verlassen einer Straßenbahn in New York City angefahren wurde. Seit dieser Anfangszeit der Automobile sind weltweit schätzungsweise über 20 Millionen Menschen in Autounfällen gestorben. Das Bedürfnis nach Unfallforschung für die Automobilbranche entstand sehr bald nach dem Beginn der kommerziellen Automobilproduktion in den späten 1890er Jahren. Schon in den 1930er Jahren wurde das Automobil zu einem normalen Bestandteil des öffentlichen Lebens. Aufgrund des dabei steigenden Verkehrsaufkommens an Fahrzeugen, deren Entwickler sich über die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer wenig Gedanken machten, wurden die Todesraten im öffentlichen Straßenverkehr eine ernste Angelegenheit. Die Todesrate hatte einen Wert von 15,6 Todesfällen pro 100 Millionen Automobilmeilen erreicht. Es war weiterhin von einem stetigen Anstieg zusammen mit der Verkehrssdichte auszugehen. In Klammern zum Vergleich, der heutige Wert liegt trotz weit höherer Verkehrssdichte bei ca. 1,8 Todesfällen pro 100 Millionen Automobilmeilen. In den 1930er Jahren war die Fahrgastzelle selbst bei Verkehrsunfällen mit niedriger Geschwindigkeit nicht ausreichend sicher. Die Armaturenpulte waren aus hartem Metall, das Lenkrad war steif angebracht und fest verschraubt und herausstehende Knöpfe und flexible Hebel sowie Gestänge stellten im Fall eines Zusammenpralls tödliche Gefahren dar. Es gab keine Sicherheitskurte, sodass schon bei geringen frontalen Aufprallgeschwindigkeiten die Insassen durch die Windschutzscheibe geschleudert wurden, wobei oft nur geringe Überlebenschancen bestanden. Die Fahrzeugkarosserien waren steif und formstabil, sodass die Aufprallkräfte mangels Knautschzonen direkt und ungehemmt auf die beteiligten Verkehrsteilnehmer wirkten. In den späten 1950er Jahren gab es Aussagen von Fahrzeugherstellern, dass Autoentfälle einfach nicht überlebbar seien. Die Kräfte in einem Verkehrsunfall waren schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu groß und der menschliche Körper zu verletzlich. Einige Fahrzeugentwickler jedoch nahmen diesen Missstand in Statistiken und Aussagen zum Anstoß, um die Forschung für die Produktsicherheit ihrer Automobile anlaufen zu lassen. Die Automobilunfallforschung war geboren und schon bald wurden erste Tests an Freiwilligen durchgeführt. Forschung an Leichen Die Wayne State University in Detroit war der erste Ort, an dem mit der wissenschaftlichen Datensammlung über Auswirkungen von Autoentfällen auf den menschlichen Körper begonnen wurde. In den späten 1930er Jahren gab es keine wissenschaftlichen Untersuchungen bezüglich des Verhaltens von menschlichen Körpern bei schwereren physikalischen Belastungen sowie keine wissenschaftlichen Methoden, um diese zu bestimmen. Die Wissenschaft der Biomechanik war nahezu unberührtes Gebiet. Es war daher in der aufkeimenden Unfallforschung erforderlich, komplett neue Datensätze zu generieren. Die ersten Versuchsobjekte waren menschliche Leichen, die in Leichenversuchen zur Messung der rundliegenden Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers gegen Quetsch- und Zerrkräfte, wie sie in Automobilunfällen die Regel sind, gebraucht wurden. Zur Messung dieser Parameter wurden Stahlgewichte auf Körperteile und Knochen sowie ganze Körper in ungenutzten Aufzugsschächten fallen gelassen. Jeweils konnte durch den freien Fall die Beschleunigung der fallenden Objekte am einfachsten bestimmt werden. Ein weiterer Schritt war, dass Leichen mit Beschleunigungsmessern versehen in Automobilen festgebunden wurden und diese Versuchsaufbauten in frontalen Zusammenstößen sowie Überschlägen genutzt wurden. Im Artikel Journal of Trauma von Albert King aus dem Jahr 1995 zeigt der Abschnitt Humanitarian Benefits of Cadaver Research on Injury Prevention die rückgehende Anzahl Getöteter bei Automobilunfällen und somit den Wert der Leichenforschung für den Schutz von Menschenleben. Die Berechnungen zeigen, dass infolge der Automobildesignänderungen bis zum Jahr 1987 aufgrund von Leichenforschungen jährlich ca. 8500 Leben gerettet wurden. Er bemerkt dabei, dass für jede zu Forschungszwecken genutzte Leiche jährlich 61 Menschen überlebten, da sie einen Sicherheitsgurt trügen, 147 Menschen überlebten, weil sie durch Airbags gerettet würden, sowie 68 überlebten, weil die Windschutzscheiben angepasst wurden. Die Forschung an Leichen jedoch brachte zahlreiche Probleme sowie Ungenauigkeiten mit sich. Es gab zunächst ganz grundlegende Forschungshemmnisse, denn die verwendeten Leichen waren nicht repräsentativ für den demografischen Durchschnitt der Unfallopfer, da es sich bei den ausgewählten, ausschließlich nicht gewaltsam Verstorbenen, fast ausschließlich um ältere Erwachsene handelte. Es bestanden zudem moralische sowie ethische Bedenken, ob eine solche Forschung an Toten überhaupt ausgeübt werden dürfe. Auch gab es nur vereinzelte Versuche an Leichen von Kindern, denn diese wurden den Forschern nur selten zur Verfügung gestellt. Leichen von Unfällen konnten meist nicht herangezogen werden, da sie aufgrund der bestehenden Verletzungen keine fehlerfreie Simulation zugelassen und die Versuchsergebnisse kompromittiert hätten. Da die Leichen physisch jeweils unterschiedlich und kaum fehlerfrei vergleichbar waren, sowie ein Versuchsobjekt nicht mehrfach gebraucht werden konnte, gab es große Schwierigkeiten, verlässliche Datensätze zu erstellen. Aus diesen Gründen hatten die Forscher zeitweise Mangel an Versuchsobjekten und die biometrischen Daten ihrer Ergebnisse beschränkten sich nahezu nur auf ältere, weiße Männer. Unfallforschung an Freiwilligen Einige Forscher stellten sich selbst als freiwillige Versuchsobjekte zur Verfügung, Colonel John Paul Stepp von der United States Air Force beispielsweise ließ sich auf einem Raketenschlitten in mehreren Versuchen auf zum Teil bis zu 1000 kmh beschleunigen und dann in unter einer Sekunde abbremsen. Lawrence Patrick, ein mittlerweile emeritierter Professor von der Wayne State University in Detroit, machte über 400 Versuche auf einem Raketenschlitten, um die Effekte der negativen Beschleunigung, in Klammern Abbremsung, auf dem menschlichen Körper zu untersuchen. Er und seine Studenten erlaubten es, dass ihnen schwere Stahlgewichte auf die Brust sowie ins Gesicht fallen gelassen wurden, um Schläge beim Aufprall während eines Verkehrsunfalls zu simulieren. Auch wurde ihnen zersplittertes Glas entgegen geblasen, um die Effekte eines Bruches der Windschutzscheibe während der Fahrt oder beim Aufprall zu simulieren. Während er zugab, dass er leichte Schmerzen, in Klammern Englisch a little sore, hatte, sagte Patrick, dass die Forschung seines Teams bahnbrechend in der Entwicklung mathematischer Modelle sein werde, an der zukünftige Forschung gemessen werden könne. Obwohl zwar Daten von freiwilligen Tests vorlagen, wurden Versuche an Menschen nicht über die Grenzen gewisser physischer Belastbarkeit, z.B. Schmerzen hinaus, durchgeführt. Zur Sammlung von Informationen über die Auswirkungen schwererer Belastungen sowie den Erfolg möglicher Schutzeinrichtungen wurden weiterhin andere Versuchsobjekte benötigt. Forschung an Tieren Mitte der 1950er Jahre waren viele Möglichkeiten der Leichenforschung bereits ausgeschöpft. Es bestand jedoch immer noch Bedarf an Forschung an der Überlebbarkeit von Unfällen in Bereichen, in denen die Leichen schlechte Versuchsobjekte darstellten. Da Leichen als Versuchsobjekte zudem noch immer schlecht verfügbar waren, waren die Forscher gezwungen, andere Versuchsobjekte zu besorgen. Es wurden nun auch Tiere für die Unfallforschung akquiriert, in Klammern Tierversuche. Einem Bericht von Mary Roach von der 8-Step Car Crash and Field Demonstration Conference, in Klammern zu Deutsch in etwa 8-Step Autounfall- und Felddemonstrationskonferenz zufolge, ereigneten sich Versuche mit Schimpansen auf Raketenschlitten, einem Bären in einer Aufprallschaukel, sowie mit einem betäubten Schwein in einer Sitzposition vor dem Lenkrad. In Klammern Zitat Wichtige Forschung, die weder mit Leichen noch mit Freiwilligen durchgeführt werden konnte, war die an der Reduzierung von Verletzungen, die durch den Aufprall auf das Lenkrad verursacht wurden. Bis zum Jahr 1964 kamen einigen Angaben zufolge über eine Million Menschen in Verkehrsunfällen dieser Art um. Die Einführung des sich beim Aufprall einfaltenden und nachgebenden Lenkrads durch General Motors in den frühen 1960er Jahren verringerte die Todesrate durch Lenkräder um 50%. Die häufigsten Versuchsobjekte für Kollisionen im Innenraum von Fahrzeugen waren Schweine, in Klammern Project Barbecue, weil ihr Körperaufbau im Brustbereich dem des Menschen halbwegs ähnelt und sie im Fahrzeug in recht gut angenäherter Sitzposition verharren können. Die Fähigkeit aufrecht zu sitzen war generell eine wichtige Bedingung für Tierversuche. Es wurde mit Tieren weiterhin Forschung zu Kopfverletzungen menschlicher Opfer durch das Armaturenbrett und die darauf angebrachten Schalter sowie den Rückspiegel vorgenommen. Während bereits Versuche an Leichen einigen Widerstand in der Bevölkerung hervorriefen, beispielsweise durch religiöse Institutionen, gab es doch eine gewisse Akzeptanz, da durch diese schmerzfreien Versuchsobjekte Menschenleben gerettet werden konnten. Die Tierforschung hingegen rief deutlich heftigeren Widerstand bei Tierrechtsgruppen hervor, die vehementen Protest an der Forschung an schmerzempfindenden Lebewesen äußerten. Während einige Forscher Tierversuche unterstützten, weil sie verlässliche, wenn auch nicht völlig adäquate Daten lieferten, gab es schwere ethische Bedenken an diesen Vorgängen. Tierversuche werden, Angaben zufolge, heute durch keinen der größeren Automobilhersteller mehr durchgeführt. General Motors beispielsweise beendete die Lebendversuche im Jahr 1993. Zahlreiche andere Hersteller taten dies im gleichen Zeitraum. Die Geschichte der ersten Dummies Der erste Crash-Test-Dummy namens Sierra Sam wurde 1949 von der Firma Sierra Engineering Company für die US-Luftwaffe gebaut und wurde für Tests von Schleudersitzen und Gurten verwendet. Diese Tests verliefen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 kmh auf Raketenschlitten oder durch Fallenlassen der Dummies von einem Kran aus. Mit seiner Größe von 1,85 m entsprach er dem 95%-Mann mathematisch dem 95%-Hiel, das heißt, dass er größer und schwerer war als 95% aller männlichen Erwachsenen. In den frühen 1950er Jahren entwarfen Alderson und Grumman einen Dummy, der sowohl für die Automobil- als auch für die Flugzeugunfallforschung verwendet werden sollte. Alderson produzierte später die VIP-50-Serie für General Motors und Ford, welche durch das National Bureau of Standards übernommen wurde. Sierra folgte mit einem Dummy in Konkurrenz, dem Modell Sierra Stan, aber General Motors fand, dass keine der beiden Modellreihen den Ansprüchen entsprach. So entwickelten GM-Techniker das Modell Hybrid 1, das die positiven Eigenschaften der beiden anderen Modelle in sich vereinigen sollte und die Durchschnittswerte in Körpergröße, Gewicht und Körpermaßen der männlichen Population hatte, weshalb er 50%-Mann genannt wurde. In Zusammenarbeit mit der Society of Automotive Engineers, in Klammern SAE, teilte General Motors dieses Design mit dem Konkurrenten. Seitdem wurde viel Arbeit und Forschungsaufwand in die weitere wissenschaftliche Entwicklung der Dummies gesteckt. Das Modell Hybrid 2 wurde im Jahr 1972 entwickelt und hatte eine verbesserte Schulter-, Wirbelsäulen- und Kniemechanik. Es wurde im Jahr 1973 vorgestellt. Diese beiden ersten wirklich menschenähnlichen Dummies, Hybrid 1 und 2, besaßen Beschleunigungsaufnehmer in Kopf, Brust und Becken und ein zusätzliches Messgerät, um die Kräfte im Oberschenkel zu bestimmen. Die National Highway Traffic Safety Administration, in Klammern NHTSA, kontaktierte General Motors mit dem Wunsch nach einem Modell mit zahlreichen feineren Eigenschaften, die gegenüber Hybrid 2 verbessert werden mussten. Trotz großer Fortschritte in den verschiedenen Forschungsbereichen waren Hybrid 1 und Hybrid 2 immer noch recht grobe Modelle und ließen sich nicht für alle Tests einsetzen. Es wurde nun an einem neuen Dummy, dem Hybrid 3, gearbeitet, der die Ansprüche erfüllen sollte und noch bis heute Verwendung findet. Aktuelle Modellreihen von Crash-Test Dummies Die Hybrid 3-Familie Der Hybrid 3, der 50%-Mann, der im Jahr 1976 von General Motors vorgestellt wurde, ist der verbreitetste Crash-Test-Dummy und hat mittlerweile eine Familie, da es ihn in vielen verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Größen und Gewichten gibt. Der am häufigsten verwendete HIII 50% Middle Adult Male, in Klammern Englisch Middle für Mittel, Adult für Ausgewachsen und Male für Männlich, Mäße, wenn er aufrecht stehen könnte, 1,75 Körpergröße und wiegt 78 kg. Er entspricht dem durch den Hersteller angenommenen durchschnittlichen männlichen Autofahrer. Sein großer Bruder, der HIII 95% Large Adult Male, in Klammern Englisch Large für Groß, Mäße, aufrecht 1,88 Körpergröße und wiegt 101 kg. Er ist damit größer als 95% der durch den Hersteller angenommenen männlichen Autofahrer. Das weibliche Exemplar HIII 5% Small Adult Female, in Klammern Englisch Small für Klein, Female für Weiblich, Mäße, aufrecht 1,52 Meter und wiegt 54 kg. Sie ist damit größer als die unteren 5% der durch den Hersteller angenommenen weiblichen Autofahrer. Es gibt drei Hybrid-3-Kinder-Dummys, die Kinder mit einem Körpergewicht von 16,2 kg, in Klammern für 3 Jahre, 23,4 kg, in Klammern für 6 Jahre und 35,2 kg, in Klammern für 10 Jahre, repräsentieren. Diese drei Modelle sind der Modellreihe erst nach denen für die Erwachsenen hinzugefügt worden. Moderne Hybrid-3-Dummys können mit einer Vielzahl von Sensoren in Kopf, Nacken, Brust, Wirbelsäule, Becken und Beinen bestückt werden. Am häufigsten werden Beschleunigungsmesser und Kraftsensoren eingesetzt. Gebräuchlich sind aber auch Winkelmesser für die Knie und Winkelgeschwindigkeitsmesser für den Kopf. Weitere Modelle Neben den weit verbreiteten Dummies der Modellreihen Hybrid, die für Frontaufprallversuche entwickelt wurden, gibt es noch eine Reihe von weiteren Dummies. Beispielsweise Modelle, die der Untersuchung von Unfällen mit seitlichem Aufprall dienen, die SID, in Klammern für Side-Impact-Dummys, zu deutsch Seitenaufprall-Dummys, darunter den UOSID 1-2, in Klammern European Side-Impact-Dummy 1-2, europäischer Seitenaufprall-Dummy, und den US-SID, in Klammern amerikanischer SID, die jeweils für Europa und die Vereinigten Staaten dem Standard entsprechen. Der Bio-RID 2, in Klammern Bio-Fidelic Rear-Impact-Dummy 2, dem menschenbiologisch nachempfundener Heckaufprall-Dummy, hilft bei der Entwicklung von sicheren Kopfstützen und Sitzen in Versuchen mit rückwärtigem Aufprall. C-R-A-B-I ist ein Dummy, der bei der Untersuchung des Nutzens von Kindersitzen hilft und den es repräsentativ für die Altersstufen 6 Monate, 12 Monate und 18 Monate alter Kinder gibt. Thor ist ein neuerer 50%-Mann und Nachfolger des Hybrid 3. Thor hat eine verbesserte Wirbelsäule sowie ein verbessertes Becken. Zudem enthält das Gesicht einige bisher nicht verwendete Sensoren zur Untersuchung von möglichen Gesichtsverletzungen. Thor ist mit einer größeren Anzahl an Sensoren ausgestattet, die zudem noch eine höhere Empfindlichkeit und damit Genauigkeit haben als die von Hybrid 3. Der Testvorgang Jeder Hybrid 3 erfährt vor einem Crash-Test eine Kalibrierung. Sein Kopf wird entfernt und in einer Apparatur aus 40 cm Höhe fallen gelassen, um die Instrumente darin abzustimmen. Danach wird der Kopf an die Schulterpartie angeschraubt und es wird nach kurzer Beschleunigung und abrupter Abbremsung die Flexibilität des Genicks überprüft. Schließlich werden Schulterpartie und Kopf mit dem Torso verbunden, welcher in einer Testapparatur von einem Pendel angeschlagen wurde, um die Flexibilität des Brustkorbs zu überprüfen. Nachdem die Messbereitschaft des Dummies überprüft wurde, wird er in Gelb gekleidet sowie mit flüssiger Farbe an Kopf und Knien versehen. Der Dummy wird in eine Testvorrichtung, in Klammern zum Beispiel Schlitten, oder ein ganzes Testfahrzeug gesetzt. Er nimmt während des Aufpralls mit seinen eingebauten Instrumenten über 30 verschiedene Daten auf, markiert mit der Farbe die Aufschlagstellen und wird von Hochgeschwindigkeitskameras gefilmt. Die Daten werden mittels Kabeln von den Sensoren zu einer Messanlage innerhalb des Fahrzeugs geführt, in Klammern analoge Technik. Es gibt digitale Versionen von Dummies, bei denen die Daten in einer Miniaturdatenanlage im Dummy, in Klammern in Dummy Messanlage, gespeichert werden und nach dem Versuch aus der Anlage ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Die Daten werden auf einem Speicher in der Brust des Dummies aufgezeichnet. Ein für Motorräder zum Einsatz kommender Dummy basiert vollkommen auf der digitalen Technik und Messwerterfassung. Da der Hybrid ein standardisiertes Versuchsobjekt ist, können die Teile untereinander ausgetauscht und im Fall eines Defekts einzeln ersetzt werden. Natürlich sind die Geräte für die mehrfache Benutzung ausgelegt. Ein vollständig ausgerüsterter Dummy hat einen Wert von etwa 150.000 Euro. Die Zukunft der Crash-Test-Dummies Crash-Test-Dummies haben in der Unfallforschung zur Erstellung von Datensätzen zu den Folgen von Verkehrsunfällen für den menschlichen Körper beigetragen. Es wurden zahlreiche gefährdende Parameter, wie beispielsweise das Fahrzeugdesign, verbessert. Mittlerweile ist die Ausbeute neuer Daten für die Forschung recht gering geworden. Nachdem das Problem der Reproduzierbarkeit eines Versuches gegenüber den Leichen- und Tierversuchen ausgeräumt wurde, besteht noch immer das Problem, dass die verwendeten Testfahrzeuge nicht immer ein identisches Verhalten zeigen und nur einfach benutzt werden können. Ein weiteres Problem ist, dass Dummies nur näherungsweise einen Menschen repräsentieren. Beispielsweise ist die Untersuchung der Auswirkungen auf innere Organe bestenfalls grob und kann durch Leichenversuche zwar besser, aber doch nicht zufriedenstellend durchgeführt werden. Die Zukunft der Crash-Tests zeichnet sich in Computermodellen ab. Jedoch sind die heutigen Rechnerkapazitäten nicht ausreichend, sowie die Modelle noch nicht genau genug, um Computersimulationen ganzer Körpersysteme in solchen Situationen durchzuführen. Es ist ein großes Problem, alle relevanten Randbedingungen, sowohl des Autos mit dessen Steifigkeiten als auch des menschlichen Körpers, verlässlich zu modellieren. Der Vorteil von Computersimulationen ist jedoch, dass sie eine Reproduzierbarkeit von Versuchen bieten. Da Einflussparameter kontrollierter variierbar sind, können Computersimulationen den Bedarf an physischen Tests auf ein Minimum reduzieren. Momentan ist für die gesetzliche Zertifizierung neuer Fahrzeugmodelle die Untersuchung der Eigenschaften in physischen Crash-Tests mit Crash-Test-Dummys vorgeschrieben. Doch lässt sich davon ausgehen, dass die Zukunft des Dummies auf dem Computerbildschirm stattfinden wird. Crash-Test-Dummys in der Kulturlandschaft Das menschenähnliche Aussehen der Crash-Test-Dummys führte zur häufigen anthropomorphen Verwendung der Dummies in der Kulturlandschaft seit ihrer Entwicklung. In den 1980ern brachte das US Department of Transportation, in Klammern das US-amerikanische Verkehrsministerium, einen Werbespot in eigener Sache in amerikanischen Magazinen und im dortigen Fernsehen heraus, in dem zwei sprechende Crash-Test-Dummys namens Vince und Larry auf Slapstick-Art über Sicherheitsbelange in Fahrzeugen, in Klammern zum Beispiel Sicherheitsgurte, sprachen. Die Kampagne mit dem englischen Slogan You can learn a lot from a dummy, in Klammern zu Deutsch Sie können viel von einem Dummy lernen, war sehr populär, so dass die beiden Figuren seitdem regelmäßig in Sicherheitskampagnen bevorzugt für Kinder auftauchen. In den frühen 1990er Jahren entwickelte Tycho Toys eine Reihe von Actionfiguren namens The Incredible Crash-Dummys, in Klammern Englisch zu Deutsch die Unglaublichen Crash-Test-Dummys, die auf den Werbesendungen basierte. Die farbenfrohen Spielzeuge fielen beim Druck auf einen Knopf an ihrem Bauch auseinander und konnten danach wieder zusammengebaut werden. Es gab zudem Fahrzeuge, die ebenfalls nach dem Crash-Test durch das Kind wieder zusammengebaut werden konnten. Die Popularität der Spielzeuge zog eine 22-minütige Fernsehsendung mit gleichem Titel nach sich, die in für die Zeit einzigartiger Weise komplett mit 3D-Computer-Animationsfilmtechnik hergestellt war. Zudem gab es eine Comic-Reihe sowie ein Nintendo-Videospiel in Klammern für das Nintendo Entertainment System und auch eins für den Nintendo Game Boy. In den geschnittenen Versionen der Rennspielserie Flatout werden statt menschlichen Fahrern Crash-Test-Dummys eingesetzt. Ende der 1980er Jahre benannte sich eine kanadische Rockband Crash-Test-Dummys. Die Firma Denton ATD ist der bekannteste Hersteller von Crash-Test-Dummys für die Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten und hat diverse Vertretungen in anderen Ländern, auch in Deutschland. Dieses Unternehmen stellt unter anderem auch Modelle der Hybrid-3-Dummy-Familie her. Andere Menschen-Attrappen Der Paradummy ist eine Fallschirmspringer-Attrappe, die vom Militär eingesetzt wurde. Die Kieler Puppe ist eine zweidimensionale Schablone für Körpergeometrie. Rhesassi-Anne ist eine Trainingspuppe für die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und der Ballast-Dummy ist eine grobe Abbildung für Belastungstests mit Körpergewicht. Der Artikel Crash-Test-Dummy wurde von Max Lankow mit dem Benutzernamen Matt Maxin am 16. Januar 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 anportet, kann unter creativecommons.org slash licences slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash crashtest-dummy Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden. www.gnu.org